Ich begrüße euch zu unserem nächsten Pflegemittel Video. Wir schauen uns heute mal im Detail die Desinfektion mit Chlor an. Das ist so unsere beliebteste Methode. Beliebt deshalb, weil Chlor einfach sofort funktioniert und sichergestellt wird, dass entsprechend, wenn freies Chlor verfügbar ist, dass es einfach sofort entsprechend diese Schmutz im Endeffekt bindet. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwo so ein Schmutzfilm oder Schmutzpartikel im Becken ist, dann ist es wie so eine Schutzhülle, wo sich dann um diesen Partikel legt, um das einfach dann komplett zu desinfizieren. Die Messung vom Chlor können wir entsprechend auch mit diesem Messbehälter machen. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, was bei uns in der Auslieferung mit dabei ist, hier auch den Chlorwert mit den dpt1-Tabletten zu messen. Diese Messung von den dpt1-Werten, das können wir uns jetzt auch mal hier anschauen. Das bedeutet, wenn ich wissen möchte, wie viel Chlor im Becken ist, dann fülle ich jetzt hier meinen Messbehälter, gebe hier eine dpt1-Tablette, gebe hier in die vorgesehene Messzelle, kann am Ende wird jetzt hier mein Messbehälter ein wenig schütteln, genau, dass diese Tablette aufgelöst wird. Und man sieht jetzt hier, wir haben momentan in den Becken einen relativ hohen Chlorgehalt. Das bedeutet, hier wird jetzt gemessen der Anteil an freiem Chlor. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ca. irgendwo 3,0 mg pro Liter im Becken. Der optimale Wert ist jetzt auch hier fettgedruckt dargestellt, irgendwo zwischen 0, 3, 2, 0 sollte der sich bewegen. Jetzt habe ich im Endeffekt mit dem Chlor zwei Möglichkeiten. Wir verwenden auch meistens bei uns im Einsatz beide Methoden. Das bedeutet, ihr habt jetzt hier entweder die Möglichkeit mit schnelllässlichem Granulat oder ihr habt die Möglichkeit mit den Multifunktionstabletten im Chlor zu agieren. Bei dem Chlorgranulat hast du den Vorteil, dass das Chlorgranulat natürlich sofort wirkt. Das wird dann in Pulverform entsprechend dem Skimmer zugeführt. Bei den Multi-Tabs ist es wie bei den Probtabletten, bei den Multi-Tabs, da haben wir auch eine Tablette vorbereitet, ist es so, dass du die Tablette hier in diesen Dosierschwimmer gibst. Du öffnest hier unten den Dosierschwimmer, kannst im Endeffekt jetzt hier diese Multi-Tab, die haben wir schon mal vorbereitet, geben hier den Dosierschwimmer wieder drauf, verschrauben das Ganze und haben jetzt hier die Möglichkeit, den Durchfluss zu steuern. Das bedeutet, umso mehr ich möchte, dass Chlor abgegeben wird, umso größer kann ich hier den Durchlauf machen. Wenn ich sage, ich habe zu viel Chlor im Becken und mache das Ganze ein wenig weniger, kann ich hier mit meiner Gegenverstellung, kann ich wieder dafür sorgen, dass weniger Durchfluss da ist und gebe jetzt einfach hier den Schwimmer ins Becken und habe jetzt die Möglichkeit, dass immer entsprechend über diesen Durchlauf, über diese Filtrierung ständig Chlor abgegeben wird und ich einfach dafür sorge, dass ein wenig Stabilisierung im Becken da ist und ich dann nicht mehr manuell dann einfach jeden Tag schauen muss, mit Pulver zufüge oder von der Messung. Das ist halt einfach ein bisschen weniger aufwendig und sorgt dafür, dass ich einfach sicher gehe, auch wenn ich mal ein paar Tage oder Woche nicht im Pool bin, dass ich automatisch eine Desinfektionswirkung habe. Aber bei der Multi-Tabs-Methode komme ich an dem Chlorgranulat nicht vorbei. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in das Becken rein, dann ist es sinnvoll, dass ich nach dem Baden schaue, dass ich entsprechend fünf bis zehn bis zwanzig Gramm von einem Chlorgranulat auch wieder hier in meinen Skimmer reingippe und dafür sorge, dass ich richtige Desinfektion auch erziele, je nachdem wie viel Badende entsprechend dann auch den Pool natürlich benutzt haben. Ja, das musst du einfach selber ein bisschen rausbekommen. Ich muss jetzt fünf, zehn, zwanzig Gramm nach dem Baden reingeben. Das kommt natürlich darauf an, wie lang seid ihr drin, mit wie vielen Personen seid ihr drin. Beim Chlorgranulat ist sicherlich auch noch zu sagen, dass aufgrund der schnellen Wirksamkeit von dem Chlor ich natürlich auch mit Chlorgranulat agiere, wenn ich jetzt beispielsweise einen Wasserwechsel mache oder wenn ich jetzt eine Trübung im Becken hätte, dann habe ich natürlich die Chance mit dem Chlorgranulat für bestes und schnellstes Ergebnis zu sorgen, weil es natürlich sehr schnell wirkt. Eine andere Geschichte mit dem Chlor, wenn jetzt beispielsweise bekannte Freunde, Nachbarschaft zum Baden mal eingeladen ist, dann macht es das nicht so wie im privaten Bereich, wo hinterher dann Chlor reinkommt, dann schaut ihr wirklich, dass vorher das Chlorgranulat mit ins Becken kommt, weil dann bin ich einfach sicher, dass wenn ein Fremder entsprechend Belastung abgibt, dass ich sicher bin, dass die Desinfektion funktioniert. Im privaten, gerne auch nach dem Baden, weil ihr habt ja erst einmal eure Grunddesinfektion über den Schwimmer und dann habe ich halt den großen Vorteil, dass ich dann nicht im Endeffekt auch so ein chirurgsintensives Becken mit dem Chlor habe, wenn ihr das Chlorgranulat vorher reingebt, das können sie wirklich hinterher machen. Achtet bloß darauf, wenn das Chlorgranulat hinterher dann reinkommt, dass ich dann nochmal zwei, drei Minuten meine Massagemotoren einschalte, dass das frische Chlor, was ihr reingegeben habt, ein wenig ausgasen kann, weil sonst habe ich immer ein wenig so die Gefahr, dass wenn ich meine Abdeckung sofort wieder drauf mache, dass durch die Ausgasung von dem Chlor einfach meine Abdeckung dann auch angegriffen wird. Und um dem zu umgehen, einfach hinterher Chlorgranulat noch ein bisschen rein, Becken ein wenig laufen lassen bei geöffneter Abdeckung und dann schließen und dann habt ihr für das nächste Mal einfach wieder sauberes Becken. Und bei dem Chlor auch wieder wichtig, wenn ich meine 100%ige Desinfektionswirkung entfalten möchte, muss ich immer schauen, dass auch der pH-Wert passt. Ja, das habe ich auch bei der pH-Wert-Erklärung in dem Video mit drin. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ihr das parallel auch mal mit anschaut. Das bedeutet, der pH-Wert hängt schon auch mit der Desinfektionswirkung zusammen. Wenn der pH-Wert sehr hoch ist, ist meine Desinfektionswirkung sehr niedrig. Wenn der pH-Wert sich angleicht an den optimalen Wert zwischen 7,0 und 7,4, steigt meine Desinfektionswirkung und dann hast du einfach auch schneller, besseres, klareres Becken, wenn beide Komponenten zusammenpassen. Komponenten 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 Komponenten